Sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich. Ich lade Sie herzlich ein zum diesjährigen Lungentag, der wieder online stattfindet. Das Thema ist aktuell Asthma und Allergien und wir haben viele renommierte Experten und erfahrene Experten eingeladen, um zum Thema Asthma und zum Thema allergische Erkrankungen zu referieren. Und Sie haben nicht nur die Möglichkeit dabei zu sein, sondern Sie können Ihre Fragen stellen in einem Chat und es werden alle Ihre persönlichen Fragen auch diskutiert und beantwortet. Nutzen Sie also die Chance, teilzunehmen am diesjährigen Online-Lungentag. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sind.